Wir haben ein zehnjähriges Jubiläum und feiern jetzt eine unglaubliche Entwicklung von dem Questclub, der ja in kleineren Räumen begonnen hat, jetzt das ganze Haus ist. Wir haben einen unheimlichen Zuspruch und das feiern wir heute. Wir haben ein tolles Programm heute mit Les Mills. Les Mills ist die weltweit größte Fitnesswelle, ausgehend von Neuseeland, heute in über 15.000 Studios weltweit. Wir sind ein Platin-Club, das heißt wir haben alle Programme und die zeigen wir stündlich und Mitglieder wie auch Nicht-Mitgliederinteressierte nehmen teil. Das ist ja ganz, ganz was Tolles. Die Kinder sind gut aufgehoben, es ist eine richtig tolle Szene hier. Zumba ist einfach ein Lebensgefühl und man kann wirklich sich verausgaben, es ist Spaß, es ist Fun. Es sind so verschiedene Rhythmen, dass es einfach nur Spaß macht und wenn einer vorne steht und hat das einfach den Rhythmus im Blut und dann machen auch alle mit. Super, super, ein guter Start in den Tag. Ja, klar. Es war super, klasse, spitze. Blutschweiß und Tränen verkaufen wir hier nicht. Wir verkaufen tollen Sport, Gesundheit und viele tolle Kontakte hier. Und jetzt an diesem Tag ist halt die Möglichkeit geboten, Mitglied zu werden mit einem enormen Preisvorteil. Und die Leute erkundigen sich und sagen, wir wollen auch in den Quest-Club wechseln, sind aber noch in einem anderen Studio gebunden. Wie funktioniert das? Und dann sagen wir, kommt sofort zu uns, solange euer alter Studio-Vortrag läuft, könnt ihr bei uns umsonst trainieren. Und das zieht wirklich. Das ist sehr, sehr gut und ist ein ganz fairer Vorteil für Leute, die zu uns wechseln wollen. Vielen Dank.